Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge School Stories. Oh mein Gott, ich hab's noch zwei Jahren endlich mal wieder gesagt. Die heutige Geschichte spielte in einer Zeit, in der ich noch sehr jung und dumm war. Also gestern. Spaß. Spult man ein paar Jahre zurück, als Kinder noch keine Smartphones mit Internet hatten und deren Hauptbeschäftigung es war, versteckt fangen zu spielen oder mit Pokémon-Karten und Dillmus-Blättern zu dealen. Es sei denn, ihr wart ein Außenseiter wie ich. Der weiße Buntstift, den keiner brauchte. Das erste Stück Toastbrot, das keiner mag. Oder Kevin Jonas von den Jonas Brothers. Damals war DSDS übelst im Hype. Es gab Zeitschriften, Sammelkarten, Konzerte in Einkaufszentren, wo alle ausgerastet sind. Und ich saß eines Tages, als meine Berufung meinem Liebling zum Sieg zu verhelfen. Hey, hier ist euer Michael und Grosch von DSDS. Und wenn ihr wollt, dass ich gewinne, dann ruft für mich an. 01279-1011 und die Endziffer. Es war praktisch ein Zeichen Gottes. Denn eine Woche vorher bekamen wir eine neue Telefon-Flat. Rita, wir haben jetzt neue Telefon-Flat. Wir können am Wochenende kostenlos telefonieren. Passt dir wie angegossen, denn die Live-Shows gab es früher immer nur samstags. Eigentlich kostete ein Anruf 50 Cent. Aber nicht für mich. Dachte ich zumindest. Eine Ewigkeit später. Willkommen beim DSDS-Gewinnspiel. Sie haben nun die Chance, einen Suzuki Swift zu gewinnen. Ich bin tatsächlich um die fünf Mal in diese Autoverlosung gekommen. Aber das, was sich darauf die Woche erhielt, das war viel besser. Winter! Joa, fast 100 Euro Zusatzkosten. Wegen der DSDS-Hotline. Stellt sie sich raus, dass so eine Hotline nicht in dieser Flat enthalten ist? Pfff! Und wisst ihr, was das Schlimmste an der gesamten Sache war? Der Typ hat nicht mal gewonnen. Und die Moral der Geschichte ruft nicht bei Hotlines an. Ich hatte ja eine Tradition angeführt, dass ich immer am Ende jeder School-Story-Folge eine Schulgeschichte von euch vorlese. Und die würde ich gerne weiterführen. Also wenn du meine nächste School-Story-Folge willst, dann kommt hier mal eine lustige Schulgeschichte. Die heutige kommt von Etema Seoun. Wir hatten während der ganzen Oberstufe einen echt komischen Lehrer. Er war eigentlich ein netter Typ, der für alle das Beste wollte und auch nicht wirklich streng war. Doch ab und zu ist er mitten aus dem Nichts und ohne Grund ausgerastet. Er hat einmal einem aus meiner Klasse den Stuhl weggezogen, während er drauf saß. Und ein anderes Mal ist er mitten im Unterricht einfach ohne ein Wort gegangen. Es war dann irgendwann schon ganz normal für uns, dass er einfach mal rumschreit und nach einer Minute alles wieder normal ist. Die Krönung war aber, als er eine Schülerin beim Spicken erwischt hat. Er hat ihr dann Spicke aus der Hand gerissen und ihn gegessen. Ich bin mir nicht sicher, ob er ihn wirklich runtergeschluckt hat, aber es war auf jeden Fall sehr seltsam. Wir haben auch mit dem Direktor darüber gesprochen, aber er meinte nur so, ach, so ist er halt. Und, naja, vergessen werde ich diesen Lehrer mit Sicherheit nie. Krank! Aber hey, wenigstens hat er sich schon dran gewöhnt, dass Capri Sonnen dank der neuen Strohhelme nach Mattheft zu schmecken. Ja, das war es dann auch schon von meiner Seite aus. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und um kein neues Video zu verpassen, könnt ihr nun kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Tschöööö!